Was wir im Meditationszentrum trainieren, beim Essen, könnt ihr im Alltag. Indem ihr einfach hingreift, ist es nicht bewusst. Wenn ihr euch sagt, Zunge trocken, durstig, Herr Lange, Hand zum Glas, bitte achtsam, unter richtiger Geschwindigkeit, nicht zu langsam, sonst guckt mir alles oft an und nicht zu schnell, sonst stab ich daneben. Unter richtiger Geschwindigkeit, ich spüre, fühle, zuerst gebe ich mir den Auftrag zum Glas, zum Glas in der Hand, ich fühle, ich sage nicht, es ist kalt, ich benenne nur den Grund, fühlen. Dann tue ich es bewusst, wenn ich bewusst will, mache ich bewusst, wenn ich dich auch wie du sprichst, dann kann ich dich bewusst so ablenken, dann tue ich es bewusst. Wenn ich es aber gar nicht merke, dass ich es tue, dann ist schon etwas eingestiegen, dann bist du nicht klug, dann ist schon ein Joke am Morgen drin. Das ist schon eine Fremdbesetzung drin. Deswegen machen wir dieses langsame Walking Meditation. Das ist schon eine Fremdbesetzung drin. Untertitelung des ZDF, 2020